Hallo. Wir haben's geschafft, ja. Ich weiß, die Verantwortung ist riesig. Riesig. April. Janet, herzlichen Glückwunsch. Was für wunderbare, wunderbare Neuigkeiten. Ich bin gar nicht überrascht. Oh, wow. Hinter jeder erfolgreichen Frau steht... Halt den Mund, Gottfried. Deine Klischees sind unerträglich. Nicht jeden Tag schafft es, eine von uns Ministerin zu werden. Auf, Janet. Ja, komm schon, Kumpel. Ich habe etwas bekannt zu geben. Was ist hier los? Warum? Fuck. Was ist los mit mir? Rache-Gefühle. Nein, nein. Ich halte nichts von Rache. Wahrheit. Hat einer von euch überhaupt eine Idee davon? Eigentlich teilten wir alles miteinander. Absolut alles. Das ist so widerlich. Auch wenn es deiner Karriere sehr schaden kann, solltest du einen Mord in Betracht ziehen. Das tut mir so leid. Bitte töte mich nicht. Das ist keine sehr gute Situation. Ich habe hart gearbeitet für die Partei. Für unsere Partei. Janet, wenn du dieses Land wirklich führen willst, im Interesse aller, dann musst du etwas mit deinen Haaren machen. Six hundred Prozent. Bis zum nächsten Mal. Jungen. Die Woche ist nicht mehr zu. Schwerst, los zu. Schwerst, los zu. Schon auch. Schwerst, los. Schwerst, los. Föder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017